Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update Schrägstrich Quest Nummer 5 Video Ich wollte heute keine zwei Videos raushauen, weil ich die Quest heute erst bzw. gestern aufgenommen habe und heute erst hochlade Es gibt aber brandheiße Informationen Das allererste Event in Season 5 wurde endlich geteasert und wir können davon ausgehen, dass wir nächste Woche am 23. Juni endlich das erste Event haben In-Game auf dem Kings Canyon wurde ein Krypto Event geteasert Es ist ein Town Takeover Event Sprich auf dem Kings Canyon gibt es wieder eine Stelle, wo rund um Krypto der Platz ein bisschen verändert wird Ich zeige euch gleich in-Game den Teaser, wo genau das stattfinden wird Was richtig geil ist als In-Game Teaser mal wieder Es gibt ja diese Banner in-Game, wo ihr meistens den Champions seht oder den Kill Leader So ein Banner hat Krypto an dieser Stelle gehackt und da ist ein Binärcode Und das Geile ist, es gibt auf Google einen Binärcode Übersetzer Und der Binärcode Übersetzer sagt euch auf Englisch Das sage ich auch nochmal in dem Video, wo ich euch zeige, wo das ist Das habe ich gestern mitten in der Nacht aufgenommen nach meiner Arbeit Der sagt euch If you can see me, I can Also zu Deutsch, wenn du mich sehen kannst, kann ich dich sehen So ungefähr soll es wohl heißen Was das genau bedeutet, ist natürlich noch unbekannt Dann möchte ich euch die allererste Luke zeigen, die sich in 7 Tagen öffnen wird An der Schaltzentrale ist jetzt ein Counter, das möchte ich euch kurz zeigen Das ganze Event hat sich übrigens um eine Woche verschoben Eigentlich sollte es am 16. schon losgehen Und noch eine ganz interessante Information Am 18. amerikanischer Ortszeit Bei uns wird das schon der 19. quasi Freitagnacht um 1 Uhr sein Findet das Streaming Event EA Play statt Dort werden neue EA Spiele vorgestellt Unter anderem auch Apex Legends Das heißt, wir werden wahrscheinlich so ein Stück weit die Zukunft von Apex Legends sehen Was da noch auf uns zukommt Was da noch auf uns zukommt Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt Gerne in den Kommentaren mal vervollständigen Oder euch rein Oder reinschreiben Was ihr euch vorstellt Was das Krypto Event mit sich bringt Das soll es jetzt gewesen sein Ich zeige euch jetzt, wo der Standpunkt Oder der Standort ist Für dieses Event Die Luke Und danach zeige ich euch die 5. Quest Die es wirklich mega, mega in sich hat Sie ist Solo Ich empfehle euch die Solo zu spielen Die ist wirklich sehr schwer Und dort könnt ihr eure Wingman Skills mal ein bisschen Trainieren Für die Leute, die die nicht so gut Handeln können Das war es jetzt von mir Viel Spaß bei dem Video Hört rein Bis zum nächsten Mal Ciao Perfekt Ich bin Jumpmaster Ladies and Gentlemen Wir müssen hier hin Wo ich gepinkt habe Und von der Ferne sieht man hier schon Wie diese Krypto Binär Codes leuchten So Alles klar Hier sehen wir es schon Mega geil Hier haben wir wieder die typischen Absteckflaggen Die den Bereich markieren Wie groß quasi das Town Takeover Event sein wird Beziehungsweise die Veränderung auf der Map Genau weiß ich jetzt nicht Wo die Flaggen überall lang gehen Achso Was heißt eigentlich dieser Binär Code Ich weiß es nur auf Englisch Wird auf Deutsch natürlich dieselbe Übersetzung sein Der Binär Code Den kann man nämlich übersetzen Gibt es direkt auf Google Binär Code Übersetzer Auf Englisch heißt es If you can see me Dann I can Mehr nicht Ich nehme an zu Deutsch Wenn du mich sehen kannst Kann ich dich sehen Was das natürlich jetzt im Einzelnen bedeutet Keine Ahnung Kann ich leider nicht sagen Und jetzt zeige ich euch gleich noch Welche Luke Sich in wohl Ich denke sieben Tagen Sechs Tagen Öffnen wird Ich hoffe dass ich jetzt hier heil hinkomme Ohne dass mir jemand den Arsch aufreißt Das versuchen wir jetzt mal noch Ah meine Teammates werden so kotzen Das tut mir eigentlich voll leid So Hier sind wir vor der ersten Luke Luken Status Update Sieben Tage Zwölf Stunden Ich nehme das jetzt quasi in der Nacht auf Wir haben es jetzt 23.47 Uhr Diese Luke können wir in sieben Tagen öffnen Also können wir auch davon ausgehen Dass das Event in sieben Tagen startet Quasi dieses Krypto Event Auch wenn wir in diese Luke Durch den Sprung hier nach unten sowieso schon rein können Das sollte den meisten von euch bekannt sein Denke ich Dass wir hier mittels Sprung so rein können Eigentlich eine absolut geile Sache So Meine Teammates haben mich jetzt verlassen Das der Vollständigkeit halber Jetzt viel Spaß mit Quest Nummer 5 Die es absolut in sich hat Bruder Oh ihr legt Octane Na das ist ja auch geil Eine Mosambik bitte Wo kommt denn er her? Oh das ist ja lustig Okay hier war ein Schalter Immer schön Munition aufheben Stopp Ist aufgeladen Okay Was? Oh jetzt hinter mir das ist ja frech gutes headset ist echt wichtig die steps machen einen echt irre ist das ein goldene wingmen tatsächlich ach schreck mich noch mal du bist doch völlig irre jetzt in sich die 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 oh gottselein hat man vernünftiges hitze angst du hast gar keine zeit zum verschnaufen was ist denn hier los oh mein gott das ist krass ich habe angst da kann man mal ein bisschen mit der wingmen üben das ist gruselig ihr seid alle behindert geht mal alle weg wir buddeln das ding noch komm ich hab das ding her oh ist das krank alter was für eine schwere mission ich raste aus die mission hat es in sich ist das krass ich habe eine gänsehaut das geht gar nicht oh mein gott ja oh ja 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 ja